Es war ein Winter in den Zähnermärkten. Der Woffer nicht zugelassen hat, dass man richtig Fussball spielt. Jeder Hackeball ist halt im Steigen geblieben. Es war Woffer nicht Fussball, sogar so. Aber Gott sei Dank haben wir noch das Beste daraus gemacht. Wir haben gekämpft, wir haben im Willen gezogen. Wir haben auf Standart das erste Tor geschossen. Und nochmals auf Standart. Wir haben gesehen, wie wichtig die Hacke sind. Und nochmals wieder drei Punkte, die völlig wichtig sind für die Zähne.